Hier präsentieren wir die 5 beste Stil-Schnittschutzhosen für optimale Sicherheit. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Stil-Bundhose mit Schnittschutzfunktion Ergo. Aufgrund der Tatsache, dass, auch wenn es ein wenig dunkler wird, werden Sie sicherlich weiterhin deutlich spürbar mit diesen Hosen. Dazu trägt die brillante sowie reflektierende Oberfläche aus Polyester und auch Baumwolle bei, die in hellen Kaki gehalten wird und vor orange und auch winzige schwarze Akzente warnt. Es besteht also wenig Gefahr, dass Sie sicherlich vergessen und sogar irren werden. Der Größenbereich des Feature Ergo ist zusätzlich erfreulich für jeden Zwischenmenschen zwischen 42 und 60 ist eigentlich etwas dabei. Leider außer allen der Schnitt für Jungs ist ausgezeichnet, aber die Hose ist kaum für Damen ausgelegt. Der Luftstrom der Hose ist positiv, so dass sie auch in der Sommersaison gut belüftet funktionieren können. Mit durchschnittlich 1,4 Kilogramm ist das Gewicht der Funktion Ergo noch in Grenzen, für Stil-Standards aber etwas zu viel. Nummer 4. Stil-Bundhose mit Schnittschutz-Dynamic-Feld. Denn der Name steht ganz im Namen. Die Belüftung unter der Schutzschicht ist eigentlich hervorragend. Das atmungsaktive Material sorgt dafür, dass Wasserdampf, der durch Ihren Körper verursacht wird, schnell durch die Außenseite gelangt und im Gegenzug frische Luft aufnimmt. Schweißgetränkte Beine sollten auch an einem warmen Sommertag der Vergangenheit angehören. Dieser Vorteil wird sich in der Wintersaison jedoch zusätzlich eher negativ aus. Danach kann man ziemlich schaudern, in der Situation, in der man das ganze Jahr über im Hof arbeitet, rate ich lieber einer zusätzlichen Version. Ansonsten ist der Tragekomfort zusätzlich beeindruckend. Die Hose passt gut und ist mit durchschnittlich 1,1 Kilogramm wirklich nicht kräftig. Erfreulich ist auch, dass die Hose in sehr kleiner Dimensionen erhältlich ist. Es ist also kein Problem, einen Dynamic-Fant in Größe 42 zu bekommen, was besonders Frauen gefallen wird. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Stilbundhose mit Schnittschutz-Advents-Extrem. Denn auch bei den schwierigsten Eingriffen lassen diese Hosen der Verteidigungsklasse 1 keinen Nachdruck zu. Sie sind wirklich außergewöhnlich langlebig, erlauben aber auch maximale Rollstuhlfahrer. Es sitzt nicht nur sehr gut, es ist auch kein Problem, in Bäume zu klettern sowie mit der Säge dort zu arbeiten, ohne sich behindert zu fühlen. Das Produkt Make-Up ist äußerst genial, obwohl die Advents-Extrem-Hose nur 6 Sicherheitsschichten hat, sind sie ebenfalls aus Polyester, Polyamid, Elasern und sogar Keramik gefertigt. Eine Mischung, die für optimale Sicherheit sorgt. Hervorzuheben ist auch das geringe Gewicht dieser Hochleistungshosen. Im Schnitt bewerten Sie nur 1,1 Kilo, so dass sie im Gegensatz zur Konkurrenz wirklich unglaublich leicht sind. Wenn Sie lange und auch häufig sägen und auch bequem arbeiten möchten, ist der Advancement-Extrem eine gute Option. Nummer 2. Stihl-Schnittschutzhose-Funktion Universal-Bundhose-Alle Größen Da es sich dabei um recht erschwingliche Einstiegshosen handelt, hat Stihl nicht auf Top-Qualität verzichtet. Die Polyester-Baumwollbeine sind mit 1,7 Kilo für einen Artikel des Herstellers ziemlich kräftig. Die Hosen sind zusätzlich für Hobby-Personen geplant, die nicht mit schwerem Gerät herumtollen. Der Tragekomfort ist bemerkenswert ausgezeichnet. Mit einer relativ geringen Investition erhalten Sie ein echtes Kostenprodukt der Sicherheitsklasse 1. Der Schutz wird durch neuen Anzahlungsgrade gewährleistet, um sicherzustellen, dass die Mehrheit der Missgeschicke sich als viel weniger schwerwiegend erweisen müssen. Es ist in den Massen zwischen 44 und auch 64 erhältlich, da die Stihl-Funktion Universal relativ klein ist, so dass sie auch für mit Würde entwickelte Weibchen und eher stimmigere Gartenenthusiasten geeignet ist. Und die Nummer 1 unserer Liste. Stihl-Bundhose mit Schnittschutz-Advents-X-Lite-Schwarz. Da bekommt man im Schnitt-Sicherheitsbereich kaum eine Art leichtere Hose. Im Schnitt wiegen Sie im Schnitt nur 1 kg und sind deshalb nur 50% so schwer wie einige andere Designs von verschiedenen anderen Anbietern. Sie schleppen kaum Ballast mit sich auf die Beine und auch im Sommer können Sie bequem funktionieren. Die Belüftung ist zusätzlich hervorragend, auch an warmen Tagen schwitzt man kaum. Hervorragend sind auch die Handwerkskunst und auch die Passform des Advancement-X-Lite. Der Flexible-Schnitt bewirkt einen praxisnahen, eng anliegenden Komfort, der auch auf die ausgeklügelte Produktkombination aus Polyester, Polyamid sowie Polyurethan zurückzuführen ist. Die Sicherheit, die diese Strecke eine Hose bietet, ist völlig ausreichend. Im Gegensatz zu anderen Versionen ist die Anzahl der Schichten ein wenig winzig. Es gibt verschiedene andere Hosen, die deutlich größer als 6 Grad haben. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.